So, da sind wir wieder, also ich meine, sei gegrüßt zu einem neuen Video, wir spielen wieder The Walking Dead und wir sind hier wieder mit Mishon am Start. Das bedeutet, wir haben jetzt hier diesen Randall, wie ist der so? Ich glaube, also diesen Bösewicht haben wir jetzt am Schraubstock. Also wirklich, der hängt so am Schraubstock dran, in einem Schraubstock eingestellt und er soll jetzt halt nochmal sagen, dass es ihm gut geht oder irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, dass sie nicht unbedingt herkommt oder alle Leute hierher schickt. Huch. Sorry, ich hab losgelassen. Und nochmal. Nee, warum nicht? Nein. Nein. Ich habe deinen Bruder. Michonne. Hast du ihn verholt? Wenn du so much has breathed on, mein Bruder, ich werde dich finden, und mache was passiert auf der Ferry, und so wie ein Schraubstock, ein Schraubstock, ein Schraubstock. Ich habe keine guten Schraubstock. Ich möchte mich in das. Du B****! Das kleine Spiel, du spielst. Ich mag es nicht. Wir werden dort bald. Du weißt, dieses Lone-Time, du und ich zusammen. Es hat echt gut gemacht. Aber das endet, wenn meine Freundin hierhert. Ich werde diesen Rentsch nehmen. Und zerbrechen deine Skull. Dann Sam's. Und du hast. Und das letzte Mal, diese Kinder, auch. Ich habe ihre kleine Hände in der Tür. Kinder. Sie wissen, ihre Skulls nicht so gut sind. Sie sind... ... und zerbrechen. Ich weiß nicht. Irgendwie hat er's verdient, deswegen musste ich da gerade machen. Michonne. Oh, ist das ein Arschloch. Kann man nicht sehen. Sie sind? Ja. Wir haben eine große Hände in der Tür. Jetzt habe ich ein großer Hände in der Tür. Schoen? Ist das wahr? Bitte sag mir, dass er mit uns ist. Randall hat dein Vater verletzt, Sam. Nein! 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 Ich habe mich verletzt, meinen Vater. Warum ist der Mann, der Mann, tot? Die erste gute Frage, die ich immer gefragt habe. Michonne hat nur so, wie ein Beine mit einem Fettball zu fangen. Randall hat mich verletzt, meinen Vater. Hm. Eigentlich nicht, oder? Dass der immer noch Witze machen kann, ne? Klar, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der immer noch in der Lage ist, da überhaupt irgendwelche Witze zu machen. Ich bin all die Hunts you down, bis ihr alle mordet. Fucked! Dann wir leben, und ich mache es noch schlimmer. Fucked! Aber wir wissen beide, wie das Ende wird, Michonne. Du möchtest, mich. Und du möchtest, mich, nicht wahr? Juste erzähl mal die Wahrheit. Ich habe eine große Haut. Du möchtest nicht meine Gefühle. Du bist falsch, Red. Ich bin alle. Oh ja. Vielleicht. Vielleicht, du denkst, dass du dich über all das kannst. Aber es gibt keine Gefühle. Es gibt keine Gefühle. Es gibt nur diese Scheiße. Every Tag, bis du dich bist. Und du wissen, was das ist? Kinker. Du kommst. Und du fährst. Und du fährst. Wenn du einen Punkt hast, kommst du schon. Ich bin mein Weg, Frau. Das ist der Welt, die deine Kinder sind in, Michonne. Das ist der Welt. Wir sterben. Oder in diesem Schöpfung. Hör auf. Nicht über sie sprechen. Auf jeden Fall. Sie sterben. Und Mama ist nicht da. Ich glaube, können wir uns nicht erlauben. Aber so mit seinen Händen kann er sowieso nichts mehr anfangen. Würde ich da aber nicht so liegen lassen. Obwohl, er kann ja sowieso nichts anfangen mit seinen Händen. Naja. Oh man, nichts als Schwierigkeiten. Nächstes Mal bei... The Walking Dead, Michonne. Ja. Okay, der Vater wird begraben. Okay, der Vater wird begraben. Und die können gemein sein. Nastig. Du willst glauben, dass alle Leben und andere Kinder haben das Ziel. Glaub mir, dass sie nicht. Es ist wahr. Dinge fallen immer ab. Aber wir sind diejenigen, die sie runterbringen. Aber wir sind diejenigen, die sie runterbringen. Kommen wir zwar zur nächsten Episode. Aber dann kommt erstmal noch so ein Abspann. So ein ewig langer. Ja, den machen wir da nicht mit rein. Ich würde sagen... Ja. Wir... machen in der nächsten Folge einfach weiter. So. Deswegen, schönen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Selbst wenn die Folge ein wenig kürzer ist. Muss auch mal sein. Nicht schlimm. Bis zu überleben, denke ich mal. Gut denn, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.